So dann, ja, gehen wir noch schnell zu Tannis und machen die ganze Sache fertig, ne, würde ich sagen. Erstmal eine Runde skillen. Jupp, auf geht's. Ich muss sagen, Borderlands ist kein einiges. Oder wir machen das nächste Runde, glaub ich, eher mal. Was hab ich, ein Inventar. Okay, 6 hat, 8. Hm, wird das nach Schaden sortiert? Hm. 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 Warum so genau, frage ich mich gerade. Naja, egal. Ähm, haut rein, Leute.